Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Die Deko am Messestand von Contago zeigt es schon. Hier geht es um Container und um Daten. Herr Hanke, Sie können mir das ein Büro genauer erklären. Ja genau, wir sind bei Contago als integrierter Container-Hinterland-Logistiker entlang der Rheinschiene im Wesentlichen unterwegs mit 24 Umschlagspunkten mit eigenen Transportlinien auf Bahn und Binnenschiff. Wir haben heute dann auch einen unserer Terminal-Prozesse in der kleinen Form mitgebracht. Vom Prozess und von der technischen Ansteuerung genauso, wie wir es tatsächlich dann auch in der Realität wiederfinden. Da sehe ich einen Containerkran, der jetzt einen Container hochhebt. Und was passiert dann weiter damit? Was macht die Contago damit? Wir sind im Prinzip, wenn der Container bei uns ankommt, dann auch im Nachlauf in den Hinterland auf der letzten Meile verantwortlich und haben da natürlich wirklich unsere Prozesse auf der einen Seite im Kontext der Digitalisierung seit Jahren digital ausgerichtet. Auf der anderen Seite legen wir sehr, sehr großen Wert auch auf Nachhaltigkeit im Klimaschutzperspektive und versuchen CO2-Ausstoß so niedrig wie möglich zu halten.